Ist das Viehfett? Geh mal hin, Matthias. Ich geh nicht hin. Ich freu euch mal auf. Hubert, wenn es was nicht losgeht. Die Flamingos sind im Übrigen da drüben. Hallo. Die Goldschufer Flamingos. Matthias ist ein Ebenbild, die Flamingos. In Hammelburg ist Matthias ein Spitzname, der Flamingo kommt. Ach tatsächlich. Ach tatsächlich. Die sehen hier aus, ne? Vorbei. Aber die sind ein bisschen vertärt, oder? Aus der Pflege. Das ist hier Natur, die kriegen halt nichts von irgendwas hin.